Hallihallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie lange habe ich diesen Satz bitte nicht mehr gesagt? Fühlt sich so komisch an. Heute, das war gerade der Leo, der gerade die restlichen Sachen vom Jürgen aus dem Haus wirft. Leo, mein Schatz, in den Einbauschränken sind noch mehr Sachen drin, aber die Mama kommt Glück und helft ihr dabei, ja? Viele von euch haben mich gefragt, warum so lange kein Video mehr von mir kam. Die Antwort ist eigentlich ganz wappdi-bapp. Ich habe so viel Geld und Kohle, ich habe das einfach alles gar nicht mehr nötig, bin ich ehrlich zu euch. Außerdem gibt es Neuigkeiten. Ich habe zwei neue Belou-Sorten auf dem Markt gebracht. Das eine heißt Eggs on the Beach und das andere Tanja's Secret. Beide riechen nach frischer, neuer Liebe. Zusätzlich verlose ich zwei von euch das Haus auf Ibiza. Wie cool ist das bitte? Das Einzige, was wir dafür tun müssen, ist das Video zu liken und zu kommentieren. So, das war es mit meinem Video. Ich hoffe, wir sehen uns ganz, ganz bald wieder oder auch gar nicht mehr. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!